beim donner denn das bewirkt dass wir nun eventuell selber mit angreifen können mal schauen mal schauen besten hier erstmal weiter die verteidigung ausbauen so und dann eigentlich könnten wir hier oben noch mal was hinsetzen wir haben sowieso so viele freie bauern ops bauen wir noch ein paar mehr steine ab das passt da nicht hin my lord so ein bauer hat das gesetz gebrochen nein 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 die werden jetzt nicht unsere schönen fallen hier zerstören die billigen leitern träger vielleicht sollte man einfach die länder hier unten mal einnehmen oder kommt alle schön zu uns laufen genau genau